Von der leider sehr schnell ausverkauften Hazelnut Vanilla Nut Butter war ich so geflasht. Noch nie habe ich so ein leckeres Nussmus verspeist. Hazelnut Kakao klingt aber auch ziemlich lecker. So wie bei Hazelnut Vanilla bekommt man auch hier eine super cremige Konsistenz. Vom Geruch her erinnert es mich ein bisschen an ein Kinder Bueno mit dunkler Schokolade. Zuerst schmeckt es leicht süßlich sowie intensiv nach Haselnuss. Im Abgang kommt dann die dunkle Schokoladennote durch, die ganz leicht herb ist. Außerdem spürt man auch noch eine leichte Nougatnote. Je mehr man von diesem Nussmus konsumiert, desto stärker fühlt man sich an Kinder Bueno mit dunkler Schokolade erinnert. Nutella dürft ihr hier nicht erwarten, dafür ist dieses Nussmus viel zu wenig süß. Ich würde es mehr als ein Haselnussmus mit dunkler Schokolade und einem Hauch Nougat bezeichnen.